Hallo Frank, also ich wollte jetzt noch zwei Sachen sagen. Ich habe meinem Sohn gestern die Tropfen das erste Mal gegeben. Der ist sehr sensibel und nimmt kognitiv extrem schnell viel auf und ist dann überlastet. Also so ein Kopfweh-Typ. Und normalerweise komme ich da mit der Homöopathie wirklich nicht ran. Und ich habe dem gestern die Tropfen gegeben und wirklich nach zehn Minuten waren die Kopfschmerzen weg. Und der ist so happy, weil den streckt es da echt nieder. Der hat dann richtig fest Kopfweh. Und fand ich ziemlich cool. Ja, ich habe heute den Tag durch, also am laufenden Band spricht sich das rum mit den Tropfen. Und jetzt habe ich eine Frage. Ich habe eine Kollegin, bei der ist seit heute Nacht die Colitis ulcerosa wieder absolut aktiv. Die hat die übelsten blutigen Durchfälle. Habt ihr da Erfahrungen? Weil ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg vom Arbeiten und ich bin am Überlegen. Ich habe ja zwei Flaschen mit, ob ich ihr meine zweite Flasche einfach ganz schnell nach Konstanz bringe. Bis zum nächsten Mal. Und ja. Vielen Dank.